Die Zeit drängt und ausgerechnet dann fehlt auch noch das richtige Material. Unsere Lösung? Der Brillux Effizienz-Check. Wir helfen Ihnen Komplexes einfach zu machen, wertvolle Zeit zu gewinnen und unnötige Kosten zu vermeiden. Sie wollen einen perfekten Baustellenabschluss? Check! Unsere große systemabgestimmte Auswahl ermöglicht es Ihnen jederzeit, das richtige Produkt für den anstehenden Arbeitsschritt zu finden. Egal wie komplex oder schwer die Aufgabe ist, sind Sie so allem gewachsen. Das Beste daran? Maximale Effizienzsteigerung und glückliche Kundinnen und Kunden. Schnell, genau und professionell arbeiten? Check! Aufeinander abgestimmte Produkte erleichtern uns allen das Leben. Eine farbintensive Wand mit nur wenigen Schritten überstreichen? Basecoat macht's möglich. 100 Quadratmeter Raum in 5 Minuten streichen? Mit einem Spritzgerät? Ein Klacks. Kaputte Kaffeemaschine? Na, da können wir Ihnen nicht helfen. Aber unser Verkaufsberater lädt Sie gerne zum Kaffee ein. Sie wollen immer am Puls der Zeit bleiben? Und das mit einem starken Team? Check! Gute und zufriedene Mitarbeitende sind das A und O in jeder Firma. Und mit unseren Seminaren können Sie sich allen Herausforderungen im Betriebsalltag und auf der Baustelle stellen und diese meistern. Das gilt natürlich auch für Azubis. Sie wollen sich auf das Wesentliche konzentrieren? Wir gehen die Extrameile für Sie. Mit perfekt auf Sie zugeschnittenen Serviceleistungen. Ob Rat oder Fragen zu Produkten. Egal wofür, wir sind für Sie da und unterstützen Sie dort, wo Sie uns brauchen. So sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. Sie brauchen doch mehr Material als gedacht und das am besten stressfrei? Check! Unsere Logistik liefert Ihnen das Material, was gerade gebraucht wird, schnell und unkompliziert. Kostenlos, ohne Mindestbestellwert und egal wohin. Gemeinsam mehr erreichen. Mehr Erfolg, weniger Aufwand. Check! Lassen Sie uns Ihre Effizienz jetzt gemeinsam steigern.